Hey, ich bin Jenny. Als ich in die neue Schule kam, dachte ich, es würde alles besser werden. Doch es wurde es nicht. Hallo, ich bin Lisa. Seit ich mich erinnern kann, bin ich für die meisten meiner Mitschüler unsichtbar. Warum werde ich eigentlich gemobbt? Warum werden Menschen generell ausgeschlossen und ausgegrenzt? Ich kann es nicht verstehen. Mittlerweile kenne ich das Gefühl, wie es ist, ausgeschlossen und ausgegrenzt zu werden. Es ist kein schönes Gefühl. Doch irgendwann hat es mir gereicht. Ich wollte nicht mehr das Opfer sein. Toleranz, Akzeptanz und Respekt, das kann alles verändern. wie ein wenig wie ein wenig ist. Ich bin Hahn уже vielleicht paperch freeze.